Meine Damen und Herren, es handelt sich um einen herausragenden Erpressungsfall. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir einen sehr skrupellosen Täter verfolgen, der sehr ernst gemeinte, sehr ernsthafte Gesundheitsgefahren bis hin zum Tod von Menschen billig in Kauf nimmt. Ja, dieser Fall hat heute wohl alle Verbraucher erschüttert und entsetzt. Ein Unbekannter droht, Lebensmittel in Supermärkten im In- und Ausland zu vergiften. Der oder die Täter wollen so einen zweistelligen Millionenbetrag erpressen. Dass es der Erpresser auch ernst meint, hat sich bereits im Friedrichshafen gezeigt. Dort sind in einem Supermarkt auch tatsächlich schon vergiftete Gläser mit Babynahrung gefunden worden. Nun sucht die Polizei mit diesen Fotos nach diesem Mann. Er soll die vergifteten Lebensmittel abgelegt haben. Hinweise zu seiner Person nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. In welchen Supermärkten weitere vergiftete Lebensmittel ausgelegt sein könnten, kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. Die Giftausbringungen waren bisher, wie bereits gesagt, in Friedrichshafen erfolgt. Wir können aber auch Bezüge nach Österreich und insbesondere in den süddeutschen Raum nicht ausschließen. Angedroht ist aber die Giftbeibringung gegebenenfalls auch bundesweit und europaweit. Ja, wenn Sie Lebensmittel einkaufen gehen, sollten Sie derzeit etwas genauer hinschauen. Die Polizei warnt vor Panik, hat aber alle Verbraucher bundesweit um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit gebeten. Bitte achten Sie also darauf, ob Lebensmittel bzw. Verpackungen manipuliert worden sind und melden Sie das gegebenenfalls. Was ist das?